Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, der FC Mermingen trifft auf den TSV 1860 Rosenheim Urheberrecht Sport 1 Montage, Getty Images 4. März 2019, 16.02 Uhr in der Regionalliga Bayern bekommt es der FC Mermingen mit dem stark abstiegsbedrohten TSV 1860 Rosenheim zu tun. Sport 1 überträgt die Partie live im TV.